Frau Jungmann, was erwarten Sie vom Buchcamp 2012? Ich erwarte, dass wir uns verstärkt über das elektronische Buch unterhalten und uns von der Angst vor dem elektronischen Buch vor allem trennen, sondern vielmehr schauen, welche Chancen haben wir denn jetzt wirklich damit und dass auch vielleicht Einzelne, die schon mit dem elektronischen Buch arbeiten, erzählen, was für Vorteile und Nachteile sich dadurch ergeben haben, ob es besser verkauft wird, ob es schlechter verkauft wird und auch wie der Aufwand in der Herstellung ist. Ich erwarte mehr Antworten, die sich in der Regel um das elektronische Buch tritt.